Es ist ein Kleinflugzeug abgestürzt auf einen Wohnwagen. Der Wohnwagen war Gott sei Dank nicht besetzt. Der Pilot ist leider verstorben. So haben wir die Einsatzstelle vorgefunden bei den Rettungsarbeiten. Bei dem Pilot hat sich noch ein Anwohner von so einem Wohnwagen verbrannt, schwer verletzt. Wie ist das passiert? War er in der Luft? Dazu kann ich leider nichts sagen. Er war auf alle Fälle in der Luft, aber wie jetzt genau was passiert ist, keine Ahnung. Also hier ist die Tageslöschgruppe Dolma im Einsatz. Komplett mit zehn Fahrzeugen und fünf Versichmann. Wie geht es den Leuten, auch die anderen Piloten, wie geht es den Leuten hier, die das auch gesehen haben? Kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich habe mit keinem Pilot bis jetzt gesprochen. Ich weiß nur sowas. Es muss ein Pilot gewesen sein, der schon länger hier auf dem ist. Das ist wahr.